So, einen wunderschönen guten Tag! Hallo und moin moin zusammen! Wir sind hier in unserer wunderschönen Filiale in Dresden in der Altmark-Galerie. Ein absoluter Traum. Und was wir noch haben, was auch traumhaft ist, das ist übrigens unser... Zeig das Schild! Zeig das Schild! Unser aktuelles Gewinnspiel, was wir haben. Man kann nämlich bei uns bei Schuh Plus ein Auto gewinnen. Ist das ein Traum? Und dieses aus einen wunderschicken roten Toyota Algo. Ein ganz toller Stadtflitzer, den wir hier zu verlosen haben. Und, ja, ich würde vorschlagen, einfach ganz schnell anmelden dazu. Wir drücken die Daumen und mit ein ganz klein bisschen Glück geht dieses Auto dann demnächst nach Dresden. Das wird dann auch... Demnächst heißt übrigens auch, also die Verlosung ist tatsächlich auch Anfang Dezember. Das heißt, wird sich der nicht toll machen unterm Weihnachtsbaum? Also jetzt nicht der Kai, also der bestimmt auch... Nein, nein, nein. Oder unter Weihnachtsbaum Kai? Also dieses Jahr den Baum etwas größer machen, den Baum. Und dann gibt es den roten Knaller dazu, das wird auch ein Traum. Wir drücken allen die Daumen, sagen, viel Spaß beim Mitmachen und toi, 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 bis dann. Wir drücken alle drin. ⁉ Bis zum nächsten Mal.